Absolut wasserdicht sind die Gesamtlösungen der GAMIT Bauservice GmbH. Das Leobendorfer Unternehmen erledigt die verschiedensten Arten von Gebäudeabdichtungen und bringt hochwertige Beschichtungen an. Darüber hinaus führt das erfahrene Team die zuverlässige Trocknung und fachgerechte Entfeuchtung von beschädigten Räumlichkeiten durch. Auch bei einem Wassereintritt durch die Terrasse, dem Balkon oder das Flachdach wird professionelle Hilfe geboten. Selbst Tiefgaragen und Tunnel werden wieder erfolgreich trockengelegt. Bei Bedarf führen die Mitarbeiter außerdem exakte Kernbohrungen als Vorbereitung für die Installation neuer Leitungen durch. Der Betrieb erstellt in seinem nagelneuen Firmengebäude effektive Sanierungskonzepte und verwendet für die Umsetzung seiner Leistungen nur hochwertige Materialien. Die GAMIT Bauservice GmbH unterstützt auch Sie gerne bei der erfolgreichen Beseitigung von Wasserschäden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017